Du gehst fremd? Das erste Mal. Und? Ich hätte schon eher machen sollen. Was fürs Auge, ja? Steig ein. Auch fürs Gefühl. Fünf Zylinder, 20 Ventile, 7,4 Sekunden von 0 auf 100. Ganz schönes Temperament. Nicht nur das. Sportfahrwerk, ABS, Airbag, Seitenaufbrallschutz. Serienmäßig. Ich glaube, ich sollte es auch tun. Was? Fremd gehen. Der Volvo 850 D5. Jetzt serienmäßig mit Seitenairbag. Ich glaube, ich sollte es auch tun.